Normalerweise klappt bei der erfolgsverwöhnten Sängerin Beatrice Egli alles. Doch manchmal ist es auch für solch eine Powerfrau nicht ganz so einfach. Beatrice Egli. Bisher lediglich zwei Podcast-Folgen von Egli Extrem. Ihr Podcast Egli Extrem ist im Mai angelaufen. Am 25. Mai startete die erste Podcast-Folge mit Laura Larson, 24. Ein Monat später, am 22. Juni. Besuchte Beatrice Egli, 34, den Social-Media-Star Jeremy Fragrance, 34. Und dann war plötzlich Funkstille. Gerüchte um ein Podcast ausmachen die Runde. So wurde sogar gemunkelt, dass der Podcast nur als Werbemaßnahme zum aktuellen Album Balance ins Leben gerufen worden wäre. Denn nach Ausstrahlung der zweiten Folge erschien nur acht Tage später ihr Album. Dabei ist das Konzept von Egli Extrem ziemlich spannend. Die Sängerin trifft Promis für spektakuläre Unternehmungen und weiß erst zu Beginn der Show, wer überhaupt ihr Gesprächspartner ist. Beatrice Egli. Keine neue Folgen ihres Podcasts mehr? In der ersten Folge war sie mit Autorin Laura Larson zum Beispiel in einem Windtunnel unterwegs. Doch die Zuhörerzahlen der ersten Folge waren nicht überzeugend. Schlechte Nachrichten für die erfolgsverwöhnte DSDS-Gewinnerin. Bei YouTube hat die erste Folge von Egli Extrem in der Video-Version bisher knapp 38.000 Aufrufe. Und in den Spotify-Charts der beliebtesten deutschen Podcasts tauche Egli Extrem gar nicht auf. Die zweite Folge hat in der YouTube-Version bisher nur etwas über 16.000 Views generiert. Wurde darum keine weitere Folge mehr produziert? Wie ein Sprecher des Plattenlabels Sony gegenüber Schlager.de sagte, soll es auf jeden Fall weitergehen. Doch auch hier gibt es schlechte Nachrichten, denn die Terminfindung gestaltet sich als äußerst schwierig. Es gibt auf jeden Fall Pläne und soll weitergehen. Wir sind gerade dabei, Beatrice' Kalender zu koordinieren und die der tollen kommenden Gäste. Das ist gar nicht so einfach, zwei so volle Kalender mit passenden Terminen zu finden.